Herzlich willkommen beim Wetter für drei für unsere drei Bundesländer. Zum Beispiel in Bautzen begann der Tag zwar heute mit dicken Wolken, aber rasch kam die Sonne heraus. Und viel Sonnenschein und subtropische Luft beringt hohe Temperaturen im Osten Sachsens heute am Nachmittag. 30 Grad in Zwickau, zum Teil sogar bis zu 10 Sonnenstunden. Allerdings im Laufe des Tages zog es sich auch hier zu. Und zum Teil haben sich heftige Schauer- und Gewitterwolken entwickelt, wie geplant an der Front. Und es sind große CBs entstanden, richtige Cumulonimbus-Wolken, die zum Teil Unwetter brachten. So zum Beispiel in Strauch am Nachmittag 30 Liter Regenwasser pro Quadratmeter, genauso wie in Guteborn. Das heißt, hier hat es fast so viel gegeben, wie es normalerweise im Zweidrittel des Monats regnen sollte. 50 Liter fallen hier in Leipzig normalerweise im gesamten Juni. Und hier sind nur 30 Liter in kurzer Zeit gefallen. Auch Heinichen mit 24 Liter, Bad Lausick 16 Liter, auch in Freiberg und in Wittenberg 16 Liter. pro Quadratmeter in einem Gewitterguss. Da hat es also ordentlich geschüttet. Schauen wir uns das Ganze mal auf unserem Radarfilm an. Zunächst, was überwiegend der Regen, der über Thüringen hinweggezogen ist. Aber Sie sehen hier schon, da wo immer die roten Punkte entstehen, dort waren es wirklich Unwetter. Die sind, wie ja immer, lokal sehr begrenzt im Moment der Osten Sachsens betroffen. Hier eine Linie von diesen unwetterartigen Schauern und Gewittern. Aber Sie sehen auch ein paar Kilometer weiter östlich passiert gar nichts. Da ist wirklich fast blauer Himmel, da nicht ein Tropfen Regen. Das ist das Tückische an diesen Unwettern und für uns Meteorologen sehr, sehr schwer vorherzusehen. Man sieht aber auch ansonsten jetzt allmählich Ruhe. Hier im Süden bildet sich über Tschechien noch was, aber ansonsten ist die Front allmählich durch. Allerdings insgesamt ruhig heißt es weiterhin nicht, denn es braut sich ein Randtief zusammen vom Rassmund. Man sieht es hier im Süden, es saugt sich über den Mittelmeer mit viel Feuchtigkeit voll. Die Luft ist auch noch warm und somit wird dieser Schauer- und Gewittercluster in unsere Richtung ziehen und morgen zum Teil für Dauerregen in Mitteldeutschland sorgen. Da kann die Regenmenge eines gesamten Monats an einem Tag herunterkommen. Das bedeutet natürlich, Überflutungen sind lokal möglich. Die Wettermodelle sind sich nicht ganz einig, wo das Ganze langzieht. Auf den Wetterkarten liegt es in unserer Nähe, dieses Randtief. Das heißt, es wird uns auf jeden Fall beeinflussen. Heute Abend sind vor allem Richtung Oberlausens und Brandenburg noch diese teils unwetterartigen Schauer- und Gewitter möglich. Wie gesagt, lokal sehr begrenzt, ansonsten auch längere Zeit trocken. Ruhiges Wetter, aber man kann nur ab und zu die Sterne sehen. Insgesamt sind viele Wolken unterwegs, Temperaturen immer noch sehr mild. So Waschküchenwetter, 17 bis 13 Grad die Tiefstemperaturen. Morgen wird es dann, wie gesagt, von Süden diesen Dauerregen geben, der örtlich hereinzieht. Es kann über Stunden hinweg kräftig regnen. Gewitter können eingelagert sein, aber wie gesagt, es wird nicht jeden treffen. Zum Teil ist es auch nur bewölkt. Im Laufe des Tages kann auch mal kurz die Sonne herauskommen. Dann kann es aber schon wieder anfangen zu brodeln. Die Luft ist noch nicht weg. Bis zu 24 Grad, wenn die Sonne herauskommt. Dagegen in Regen nur 14 bis 18 Grad. Der Wind wird auch auffrischen. In den Bergen wird man ihn spüren. In Schauer und Gewitternähe. Überall ist er zu merken. Und wie gesagt, örtlich besteht morgen Überflutungsgefahr. In den Tagen drauf, das heißt Richtung Wochenende, geht es auch erstmal ziemlich kühl weiter. Temperaturen um die 20 Grad knapp darunter. Leicht wechselhaftes, aber deutlich ruhigeres Wetter. Es ist zwar windig, mal Sonne, mal Wolken. Einzelne Schauer sind möglich. Aber so richtiges Sommerwetter steht erst einmal nicht auf dem Programm. Möglicherweise ab Anfang Juli. Das war es von mir. Ihr geht es weiter mit Prisant. Tschüss.